Ich habe heute die Ausländerung. Ich habe heute... ...der hat heute gesprochen. Ich habe schon ganz in Ordnung. Der Brasil-Beim hat ja nicht mit Werdenbeut. Ich möchte nicht. Es sind keine richtige Alten, denn über die Flüchtlinge, dass sie die Leute raus tun. Und danach war die anderen noch. Also, Waldang. Hallo. Wie warst du denn in Berlin? Super, war super. 50.000 Leute. Das stelle ich Ihnen schnell. Wie heißt... Wie heißt da heute, wo ich gesagt habe? Brandner. Stefan Brandner. Was sagen Sie denn dazu, dass Sie so die Leute rausgehen? Ich stelle nicht. Ich stelle schon ganz schnell. Okay, das unterbrauche ich nicht. Das unterbrauche ich nicht. in einem großen Bremskate. Hab ich schon. Hab ich schon. Ich würde mal kurz mit der Kamera rumlaufen. Im Gegenteil, man muss nur die Stadtteil der Medien regelmäßig leben, weil es sich praktisch leben wird, um zu wissen, dass hier mittlerweile los ist. Und in dieser Situation soll nun eine Einwanderungsschule kommen, die noch größer wird als das, was wir vor sieben nach Jahren erlebt haben. Das wollen wir nicht hinnehmen, das wollen wir nicht hinnehmen und deswegen ist es wichtig, dass die Menschen überall auf die Straße gehen. Und heute machen sie heute Woche den Anfang und machen deutlich, dass es Widerstand gibt gegen die gepragte Unterbringung von der Schulgeserber hier in Rochelitz in der Errichtung des Schulweihens hier neben der Internat. Rochelitz wird sich wehren, wie viele Städte wehren. Alleine heute finden parallel mit Westen und Dresden Spur mit und können mit eins in den Start. Beide Stadtteile werden auf die gleiche fragwürdige Art beglückt, wie hier Rochelitz. Aber überall gibt es Widerstand und das ist wichtig. Es ist wichtig aufzuklären, warum wir auf die Straße gehen, warum wir darauf hinweisen, dass gerade hier beispielsweise vor allem unbegleitete minderjährige Asylbewerber untergebracht werden. Eine Gruppe, die immerproportional häufig problematisch in Erscheinung tritt. Hätten wir hier ein bisschen mehr Meinungsfreiheit, müssten dies auch die Medien eingestehen. Aber wir kennen es ja, solche Themen werden verschwiegen oder später wird eine Täteropfer unfair betrieben. Oder beispielsweise die mit der Berlin-Urwesternach verheißen wir einmal, die Täter hätten mehrheitlich einen deutschen Pass gehabt. Wir hatten vielleicht auch einige, aber die Vornamen, die waren Teile, die man hier in diesem Land vor 50, 80 oder 100 Jahren gefunden hat. Nein, die Vornamen stammen aus dem iranischen Raum und aus Nordafrika. Und deshalb ist es wichtig, dass wir genau hinschauen, hinterfragen und nicht glauben, was uns die Medien so vorgaukeln wollen. Es ist schön, dass sich hier heute noch einige Leute schon eingefunden haben, mit denen zusammen wir deutlich machen wollen, dass es in Rochlitz für die Pläne der Umbeugung, der unkontrollierten Asylbewerberung eben kein einfaches, gutes Licht geben wird, sondern so wie fast überall in Sachsen Widerstand. Und wer noch umstellt, wer sich noch nicht zu uns gestellt hat, vielleicht weiter nicht gesehen werden muss, und wer sich noch nicht zu möchten, überfindet eure Angst, leitet euch ein, schließt euch an. Es ist gerade in diesen Zeiten wichtig, Flagge zu zeigen und deutlich zu machen. Wir wollen diese Einwanderungswälle nicht. Wir wollen Sicherheit, Recht und Ordnung. Und vor allem wollen wir auch noch in einigen Jahren hier in Frieden leben und nicht zur Minderheit im ehemaligen eigenen Land verkommen sein. In diesem Sinne, herzlich willkommen für heute neue Veranstaltung. Du bleibst nicht hier nicht stehen. Gut, dann laufe ich mal mit der Kamera ein Stückchen rum. Das ist ein kleiner Schritt, das war die Wohnungshöhe. Und dann hat sich die Angst doch schon gelegt. Dafür ist das ein geiles Gefühl. Ja, aber ich bin nicht bei mir. Okay, guten Tag, jetzt hätten wir den Rehrein mal vorbereitet. Jetzt verhandelt Leute, wenn wir hier auf der anderen Seite des Landes sind. Hallo, ich bin ein paar Minuten, dann machen wir noch den Vorschläder. Und das wird dann komplett weg, das ist zwar auf der selben Seite stehen. Die Freien Sachsen wählen die Demokratie ab und sprechen in ihrem Programm von einer Autonomie Sachsens. Die Freien Sachsen wählen die Demokratie ab und sprechen in ihrem Programm von einer Autonomie ab und sprechen in ihrem Programm von einer Autonomie ab und sprechen in ihrem Programm. Die Freien Sachsen lehnen die Demokratie ab und sprechen in ihrem Programm von einer Autonomie Sachsens aus. Neben dem Programm von dem Stadtrat Martin Paulmann ist auch dessen Schäufer Dritter, Schäufer Mauten und Errichtungsfraktionen aktiv. Hier wird seit mehreren Jahren für die Handbüder im Kreistag im Erzgebirge. Ihre Punktgebung heute geht es darum, den Kinder zu helfen. Menschen, die vor Krieg oder zuwischen wollen und fliehen, müssen in Deutschland Schutz bekommen. Es steht außer Frage, dass Kinder und Jugendliche da besonders schützbedürftig sind. Sie politisch für uns zu mentalisieren und eine rechtsextreine Agenda auf den Weg zu bringen, muss strikt abgelehnt werden. Es muss jedoch klar gelandet werden, warum rechtsextreine Menschen sich nur im Osternwiderspruch marschieren können. Es war in einer Friedenlage, deren Netzwerke Rassismus entgegenzustellen. Diese Tendenz ist betrückend und genau deswegen haben wir uns heute hier versammelt. Im Kuhl-Tor haben die Freien Sachsen bereits Versammlungen, welche ähnlich wie diese hier sind, auch aufgeworfen. Es gab bundesweit Berichte über diese Aktion, da Anhänger der Freien Sachsen offen gedroht haben, die Unterkunft niederzubringen. Prinzipiell habe ich nichts dagegen, was vorhin jetzt in den Liedel auftaucht. Aber bitte für unsere Transkulturen-Gebäute und das Schloss oder für mich auf unsere Schuhen, aber nicht für einen rechtsextremen Aufstand von Menschen und Feinden, die gegen Kinder hetzt. Statt er sich zu schüren, müssen wir auf Integration und Kommunikation setzen. Es braucht jetzt die Zivilcourage aus der Mitte der Gesellschaft, um uns dem Rassismus entgegenzusetzen. Eine Sache möchte ich zum Anschluss noch sagen. Die Freien Sachsen, aber auch die NPD, die AfD, die identitäre Bewegung versuchen die Gesellschaft zu spalten. Sie reden über wir gegen die. Aber die eigentlichen Unterschiede liegen nicht zwischen den Menschen, die hier geboren sind, und den Menschen, die hier Asyl suchen. Die eigentlichen Unterschiede liegen zwischen unten und oben und das ist das Problem. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.